Hey ihr Fashion Boss und Götz da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zu einem neuen Video. Einem sehr, sehr wichtigen Infovideo. Denn auf diesem Kanal wird sich ein bisschen was verändern. Leute, ich will jetzt auch keine Panik machen, ja, ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich möchte euch darüber informieren. Denn es gibt eine schlechte Nachricht, dafür aber zwei gute Nachrichten. Und ich glaube, dass diese zwei guten Nachrichten diese eine schlechte Nachricht wieder ausgleichen. Fangen wir also erstmal mit dem Schlechten an. Ist ja auch viel schöner, wenn man mit dem Guten aufhört. Und diese erste Sache betrifft meinen Kanal. YouTube macht mir nach wie vor unglaublich viel Spaß. Aber YouTube frisst leider auch sehr viel Zeit. Und vor allem auch immer mehr Zeit. In den letzten Monaten ist bei mir wirklich, ja, fast jede freie Minute für YouTube draufgegangen. Und ich mache ja nicht nur YouTube, sondern ich habe ja auch noch einen ganz normalen Job. Und man glaubt es kaum, aber auch der Chris hat noch irgendwie sowas wie ein Privatleben. Und gerade das ist in letzter Zeit für meinen Geschmack einfach viel zu kurz gekommen. Es gab sehr häufig so Tage, wo ich abends nach Hause gekommen bin und dann stand nur noch YouTube auf dem Programm. Ne, Video drehen, Video schneiden, Kommentare beantworten, private Fragen über Tippi beantworten, Checklisten rausschicken, die FC-Männergruppe bei Facebook moderieren und noch gefühlt 12.000 andere Kleinigkeiten, die einfach anstehen. Aber Leute, das soll jetzt auch kein großes Gemecker sein. Ich mache das ja auch alles gerne. Ich habe einfach nur gemerkt, mir fehlt die Zeit. Auch die Zeit, um sich einfach mal Gedanken zu machen, Ideen zu entwickeln, ja, und auch neue Formate auszuprobieren. Und weil dieser Kanal darunter leidet, müssen wir das ändern. Deshalb, Leute, gibt es ab sofort nur noch ein Video die Woche. Ich habe das mit den zwei Videos, glaube ich, jetzt irgendwie drei Jahre oder so durchgezogen. Und in dieser Zeit sind locker 200 Videos entstanden. Wir haben ja deshalb auch schon nahezu jedes mögliche Thema irgendwie auf diesem Kanal mal behandelt. Ne, Sportsfreund, wenn du eine Frage hast, benutze die Suche, denn in der Regel gibt es zu deinem Problem schon längst ein Video. Okay, kommen wir aber zum Punkt. Ab sofort wird es den Dating-Dienstag geben. Ja, okay, das klingt jetzt total spektakulär. Heißt einfach nur, dass es in Zukunft nur noch dienstags ein Video geben wird. Um 17 Uhr, wie bisher auch. Es fällt also nur der Freitag weg. Ich möchte mit diesem Freitag einfach optional offen halten. Das heißt, es können auch mal in der Woche zwei Videos kommen. Aber erstmal nur ein Video, was auf jeden Fall kommt. Dienstags 17 Uhr. Denn ich will meine Videos auch wieder irgendwie zu was Besonderem machen und nicht einfach nur Fließbandarbeit machen und ein Video nach dem anderen. Ich glaube tatsächlich, dass es das allen sehr gut tun wird. So, jetzt aber genug der schlechten Nachrichten. Kommen wir zu den Guten. Die erste große Sache, die auch in den letzten Wochen viel Zeit gefressen hat, ist meine neue Webseite. Denn die ist in genau diesem Moment online gegangen. Zu finden unter www.chriskis.de Und auf dieser Webseite will ich euch viele Fragen rund um diesen Kanal und vielleicht auch Fragen rund um mich beantworten. Auch die Sache mit der privaten Hilfe ist da nochmal ganz ausführlich erklärt. Leute, diese Webseite ist ab sofort eure Informationsquelle Nummer 1. Speziell der Bereich mit den häufig gestellten Fragen. Mit der Seite wird es aber auch eine coole Neuerung geben. Nämlich den Chris Kiss Blog. Okay. Ja, ich meine, wer Videoblogger ist, der muss ja irgendwie auch normaler Blogger sein. Deshalb auch als kleine Entschädigung für das ausgefallene Video wird es ab sofort jeden Monat noch einen Blogartikel geben. Natürlich rund um die Themen Flirten, Liebe, Dating, Beziehung. Wenn ihr also zwischendurch mal Bock habt, eher was zu lesen, ja, zum Beispiel irgendwie für die Busfahrt, Bahnfahrt morgens oder so, dann abonniert gerne meinen Blog. Link zur Webseite auch nochmal unten in der Beschreibung. Aber da gab es doch noch eine zweite gute Nachricht. Hä, ja, das ist so eine Sache, Leute. Denn jetzt habe ich euch ein bisschen heiß gemacht, aber ich darf euch das noch gar nicht verraten. Denn es wird in diesem Jahr noch etwas sehr, sehr Cooles erscheinen. Etwas, wo der Chris schon seit, glaube ich, über einem halben Jahr dran sitzt. Ich glaube tatsächlich, dass da einige von euch sogar schon darauf gewartet haben. Und ich habe hin und wieder auch sowas ähnliches schon mal in den Kommentaren gelesen. Ihr könnt ja gerne mal raten, was das große Geheimnis ist und das einfach mal in die Kommentare schreiben, was eure Idee ist. Ich bin gespannt, ob da jetzt schon jemand drauf kommt. Zu dieser großen Sache wird es auf jeden Fall noch ein eigenständiges Video geben. Das dann aber alles, wenn es soweit ist. Denn jetzt sind wir erstmal am Ende des letzten Freitagsvideos angekommen. So, ja, komm, wir spielen noch ein bisschen traurige Musik ein. So, jetzt ist aber auch gut. Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann schaut gerne mal hier auf der Seite vorbei. Klickt euch da einfach durch. Wirklich zu fast jedem Thema gibt es schon ein Video. Denkt an, meinen Kanal zu abonnieren. Geht hier unten kostenlos. Und schaut gerne mal auf meiner Webseite chriskiss.de vorbei. Leute, ich danke euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020